Also genau wie hier. Genau. Vorfugend. Aber es sind halt die Fresseneinsame meistens wegfressen. Das ist ja in Freien Wild fahren meistens so und in Asien auch so. Das ist ein kleiner Frecher, ne? Da ist ein kleiner Frecher. Guck mal, siehst du, jetzt hat er das fallen lassen. Die haben tolle Frisuren, ne? So Erokesenschlitte haben die. Wieso rennen die da? Hey, da oben. Ja, Pipi da oben. Wer macht den? Der freut mich fest. Guck doch. Guck doch. Der freut mich fest. Weil andere eben was weggenommen haben. Oh mein Gott. Der ist der Schwiebel. Der ist der Schwiebel. Der hat die Koffe. Der ist der Schwiebel. Der hat die Koffe. Der ist der kleine da oben. Der hat das, dass ihm einer was weggenommen hat. Guck mal. Der hat die Koffe. Der hat die Koffe. Oh, hier ist noch ein roter Ruck. Der hat die плох injured. Der hat den schweigen zu sehen. Daher hat die Sachen Geschwogen geschehen. Guck mal. Schwer. Achicos. Ja, das ist so.